Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 295. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo und herzlich willkommen ihr da draußen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge und bei mir ist natürlich glücklicherweise, wie auch sonst immer, der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und zum Ende des Monats, wie gewohnt, eine brandneue Episode mit einem Thema, das du dir eigentlich gewünscht hast, Alexa. Was heißt hier gewünscht? Hielt es für unabdingbar, dass wir da nochmal drüber reden? Tja. So in die Richtung. Und wenn die Hoaxmistress ein Thema für unabdingbar hält, dann muss man darüber reden, aber das machen wir natürlich erst im Thema nachher und kommen jetzt erstmal wieder zu einer brandneuen Story. Die Story der Woche. Ja, für die Story dieser Hoaxilla-Sendung, die kurz und knackig ist, begeben wir uns ins Tierreich. Und das Tierreich ist ja bekanntermaßen ein Hort der Faszination und der schönen Themen und der besonderen Fakten. Wenn du so anfängst, habe ich schon wieder Angst. Und auch so, auch dieses Mal ist es wirklich außergewöhnlich, was ich euch erzählen kann. Es geht um Enten und das Quaken von Enten oder das Schnattern von Enten. Ist es ein Schnattern oder ein Quaken? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich beides. Und dieses Schnattern oder Quaken oder wie auch immer ihr gerne möchtet, dass das heißt, hat kein Echo. Das Schnattern oder Quaken von Enten erzeugt kein Echo und niemand weiß warum. Das überrascht mich jetzt. Und darüber muss ich jetzt nachdenken und ihr glaube ich auch. Und wir werden es ja am Ende der Sendung erfahren. Das wird spannend. Thema der Woche Tja, die Folge heute hat ein Thema, was im Grunde genommen so etwas ist wie ein Metathema. Kann man das überhaupt so sagen? Etwas, was uns immer wieder schon beschäftigt hat. Wir haben ja schon einmal über QAnon, darum soll es ja heute gehen. gesprochen recht ausführlich und haben damals schon festgestellt, auch mit Michael Blume gemeinsam zusammen, dass das so eine Art Verschwörungserzählung auf Speed ist, die sich im Netz unglaublich schnell verbreitet. Inzwischen haben wir häufiger auch mal gesagt, das liest man auch immer wieder, dass es schon fast sowas wie eine Sektenstruktur entwickelt und die Menschen, die an diese Verschwörungserzählung glauben, fast wie so jünger sind. Und du hast dann irgendwann gesagt, Alexa, wir müssten mal wieder ein Update zu QAnon machen. Und ich habe dann erst so gedacht, naja gut, das sind halt immer noch Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. QAnon ja so eine Verschwörungserzählung, die fast alles auf sich vereint. Aber du hast mir dann mal auch ein paar Quellen gegeben und ich habe mich dann eingelesen. Und das ist alles ein bisschen dezidierter oder ist anders. Anders und es spitzt sich in eine gewisse Richtung zu, die mich dann, nachdem ich das alles gelesen habe, ich zum einen verstanden habe, warum du gesagt hast, das müssen wir unbedingt machen und mir auch nochmal sehr zu denken gegeben hat. Also das vielleicht mal zur Einleitung. Schade, dass wir da überhaupt noch drüber reden müssen. Und man könnte ja eigentlich sagen, wir haben jetzt im Moment ganz andere Probleme. Und umso erschreckender ist, dass dieses Problem, was wir ja schon länger haben, immer noch mitschwingt und eine andere Qualität kriegt, die nicht minder gefährlich ist oder vielleicht sogar gefährlicher. Wir können ja mal ganz harmlos anfangen. So im Februar des Jahres 2022, also dieses Jahres, in dem wir das hier aufnehmen, ist so durch die Medien gerauscht, dass man jetzt weiß, wer Q ist. Und das ist ja eigentlich eine Meldung, die erstmal sensationell klingt und vielleicht vor ein paar Jahren noch viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt hätte. Und wie dieses Jahr, wo auch schon so furchtbar viel Schreckliches passiert ist, geht das so im allgemeinen Rauschen unter. Das war so kurz vor dem russischen Angriffskrieg. Vor der Invasion Russlands oder Putins in der Ukraine, genau. Und was dahinter steckt, sind zwei Studien von Leuten, die etwas betreiben, das man Stilometrie nennt. Also wenn jemand jetzt sagt, wir wollen mal herausfinden, wer wirklich hinter den Werken von Shakespeare steckt und deshalb jagen wir das dann alles durch den Computer und gucken mal, was da stilistisch dahinter steckt und wollen mal herausfinden, ob das jetzt eine Person war oder mehrere oder wie auch immer. Das ist so die Richtung und das haben halt Forscher oder Forschende mit ganz vielen Meldungen, Tweets, Forenbeiträgen von Q gemacht, also die im Namen von Q gepostet wurden im Netz und haben versucht rauszufinden, wer dahinter steckt. Herausgekommen, um es ganz kurz zu machen, oder vielleicht noch kurz gesagt, wer das gemacht hat. Also es waren zwei unabhängige Studien. Das eine war ein Schweizer Unternehmen, was eben sich mit solchen Dingen schon länger beschäftigt. Die haben eine Methode angewandt und haben dann ihre Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Und dann gab es noch zwei Franzosen, die als Computerlinguisten sich schon länger betätigt haben und die haben dann eine zweite Studie gemacht. Und jetzt, das Interessante ist an dieser ganzen Geschichte, dass beide unabhängig davon zum selben Ergebnis gekommen sind. Was ich insofern spannend finde, weil diese Stilometrie jetzt ja noch nicht eine Hard Science ist. Da kann man auch sich drüber streiten, ob das überhaupt möglich ist, anhand von der Analyse von geschriebenen Worten, die ja im Grunde genommen Rückschlüsse auf eine Person zu ziehen. Aber gut, zwei Gruppen haben es versucht und beide sind zum selben Ergebnis gekommen. Das ist ja zunächst mal erstmal interessant als Fakt. Ob jetzt Stilometrie eine hochreich evidenzbasierte Wissenschaft ist, lassen wir mal außen vor die Beurteilung. Genau, da können wir gleich, wenn wir dann sozusagen über die Identität gesprochen haben, nochmal ein bisschen Kritik vielleicht äußern an diesen Studien. Also herausgekommen sind zwei Personen. Man hatte ja schon länger spekuliert, ob Q eine Person ist oder mehrere Personen. Jetzt hier bei diesen beiden Studien sind jeweils zwei Personen herausgekommen und zwar Paul Ferber. Das ist ein südafrikanischer Tech-Journalist und ja, ich glaube, der programmiert sonst Software. Und dann interessanterweise Ron Watkins, der Sohn von Jim Watkins. Das ist der Typ von 8chan oder 8can. Und das ist insofern interessant, weil es im Jahr 2021 eine HBO-Dokumentation gegeben hat, in der Ron Watkins interviewt wurde, also eine Dokumentation über QAnon. Und da hat er sich, so sagt man, ein bisschen verplappert, also hat gesagt, irgendwie habe ich als, in irgendeinem Kontext habe ich als Q und dann nicht gemacht. Und dann hat er sich hinterher korrigiert. Also ich bin natürlich nicht Q, nein, nein, ich bin nicht Q. Er leugnet auch bis heute, also beide leugnen das, dass sie Q sind. Und da hat man natürlich schon so ein bisschen Wirbel gehabt im Netz. Und dann ist das wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die beiden sollen es jetzt gewesen sein. Genau, 8chan, um das nochmal zu sagen, ist eines dieser Foren, in denen Q ja seine Meldungen verbreitet hat. Also das Ganze ging ja los so 2017 in 4chan und dann relativ schnell 2018 dann 8chan und hinterher dann 8can. Das wurde ja dann umbenannt. Und das Interessante ist jetzt, dass man Paul Ferber noch ein bisschen früher verankern kann. Also es scheint so zu sein von der Analyse her, dass es losging 2017 mit Paul Ferber und dann aber relativ schnell Ron Watkins das ganze Q-Universum so ein bisschen übernommen hat und zu 8chan geholt hat. Und da ist es dann halt so richtig losgegangen. Also soweit die Analyse und das, was man sich da so denkt aus den Fakten, wie man das interpretiert. Und du hattest es schon gesagt, die Stilometrie natürlich nicht ganz lupenrein. Also es ist auch zwar eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit bei beiden, wenn man sich die Texte anguckt, dass sie es nun sind. Und so ist das Ergebnis der Studien. Aber es ist generell fraglich, ob so kurze Textfragmente wirklich dazu geeignet sind, auch wenn sie natürlich gehäuft, also die haben wirklich tausende von Beiträgen durchgeguckt, auch wenn sie so gehäuft auftreten, dazu geeignet sind, so eine stilometrische Analyse durchzuführen. Und das ist die eine Sache. Und dann muss man natürlich noch sagen, die haben eine Vorauswahl getroffen. Die haben nicht alle Leute, die jemals irgendwas mit Q gepostet haben, das geht auch wahrscheinlich gar nicht, analysiert, sondern haben gesagt, wir greifen uns jetzt hier ein paar Personen raus. Da waren natürlich dann Paul Föber und Ron Watkins dabei. Da waren auch Donald Trump dabei oder Michael Flynn, der ja auch eine große, unrühmliche Figur in der QAnon-Szene ist, dabei. Und diese Personen haben sie dann halt durchanalysiert und haben dann halt natürlich auch zeitlich geguckt und haben das dann halt rausgefunden. Magst du noch mal kurz sagen, für alle, die nicht so tief drin sind, was die Rolle von Michael Flynn gewesen ist? Der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, der dann relativ schnell dazu übergegangen ist, nur noch Verschwörungsmythen zu verbreiten und wirklich so eine Art Gallionsfigur fast schon von QAnon zu werden. Und dann also wirklich einen Quatsch nach dem anderen postet und wirklich auch sehr bedenkliche Sachen. Und jetzt gehen wir noch mal zurück auf die zentralen Inhalte, sage ich mal, der ursprünglichen QAnon-Bewegung, die da ja im Grunde genommen zunächst mal von einer Elite gesprochen hat, in Amerika insbesondere. Die Jugendliche entführt, die Jugendliche foltert, aus diesen Jugendlichen den Stoff Adrenochrom gewinnt und damit, ja, den haben sie dann konsumiert, sich gespritzt oder wie auch immer zugeführt. Und damit sind sie halt jung und schön und bleiben schön. In Verdacht die Hollywood-Elite. Die Demokraten kamen dann politisch gesehen als weiteres Element hinzu und relativ schnell, wenn man da so gelesen hat, haben sich dann auch die alten antijüdischen Muster wiedergefunden. Also Eliten, die im Hintergrund, im Schatten die Geschicke der Welt lenken und damit aber auch die Macht an sich reißen wollen. Denn hier dann jetzt interessant in der Betrachtung, dass dann letztendlich QAnon ja im Grunde genommen Wahlkampf für die Republikaner betrieben hat, weil es eben nicht die Politiker im Allgemeinen gewesen sind in Amerika insbesondere, sondern es waren die Demokraten. Das heißt, wenn man gegen diese Elite vorgehen wollte, wenn man diesem Q geglaubt hat, hatte man nur eine Wahl, man musste republikanisch wählen. Oder besser noch, also republikanisch zum einen, aber vor allen Dingen Donald Trump. Und Donald Trump in eine Machtposition verhelfen, in der er dann diese geheime Elite zerschlagen kann. Und im Grunde genommen, wenn man das so durchdenkt, so wie es erzählt war, ging es darum, dass Donald Trump tatsächlich so eine Art autokratisches System des Guten in der Wahrnehmung von QAnon installieren sollte, um Amerika zu retten. Wir haben alle erlebt, wie die Politik von Donald Trump gewesen ist. Das hat ihn nicht geschockt oder so, sondern es war genau das, was die Q-Anhänger sich gewünscht haben. Das heißt, wir sehen also hier in der vergangenen Politik Donald Trumps genau, wie sozusagen die Weltbildverortung der QAnon-Anhänger gewesen ist, weil sie aber ja der Ansicht waren, das muss alles so sein, damit die Kinder geschützt werden. Genau, wir haben eine Entwicklung auf zwei Ebenen, die dafür sorgt, dass QAnon ja mehr oder weniger im politischen Mainstream landet. Das ist einmal die politisch inhaltliche Ebene und dann ist es die personelle Ebene. Wir können ja, es ist eigentlich wurscht, was wir zuerst besprechen. Vielleicht doch, weil wir gerade eben bei der Identität von Q waren, eben ein paar Worte zur personellen Ebene. Wir haben mehrere Personen, die QAnon-Anhänger sind und im Kongress sitzen beziehungsweise für den Kongress kandidieren. Wir haben dann natürlich Marjorie Taylor Greene, die ziemlich bekannt geworden ist, die schon im Kongress sitzt, zwar aus Ausschüssen, in denen sie drin saß, relativ schnell wieder rausgeflogen ist, aber im Kongress sitzt. Da ist der aktuelle Stand, dass die vor Gericht jetzt gerade ist und neulich ausgesagt hat in Georgia, wo sie kandidiert, weil eine Wählervereinigung geklagt hat. Und die möchten gerne das 14th Amendment der Verfassung angewendet sehen. Das ist ein Gesetzzusatz, ein Verfassungszusatz, der kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg entstanden ist und der sagt, dass ein Mensch, der sich an einer Rebellion, an einer Insurrection, an einem Aufstand beteiligt hat, nicht für ein politisches Amt kandidieren kann. Jetzt ist die Frage, was die Beteiligung von Marjorie Taylor Greene an den Ereignissen bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 gewesen ist. Ja, da werden wir euch auch das Video verlinken, das könnt ihr euch mal selber anschauen, wie dieses Verhör dann gelaufen ist. Also, was Marjorie Taylor Greene gemacht hat, es gibt ein Video, was sie aufgenommen hat, hochkant mit dem Handy, was dann über die sozialen Netzwerke, ihre sozialen Netzwerke auch verbreitet worden ist, wo sie ganz klar keinen Zweifel daran lässt, dass die Wahl gestohlen ist und dass man sich dagegen jetzt wehren muss und dass man die friedliche Übergabe von Macht verhindern muss. Das sagt sie in ihr Handy und das ging dann über die Social Media Kanäle. Ich fand das ganz interessant, dass in diesem Bericht über diesen Prozess ihr das dann auch gezeigt wurde. Also erst wurde man sie gefragt, ob sie da denn zu einer Aufruhr aufgerufen hätte und dann hat sie gesagt, daran könne sie sich nicht erinnern. Dann hat man das Video gezeigt und dann sagt sie, das ist ja nur ein Ausschnitt. Ja, also sie haben ja hier gar nicht den Kontext und ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Kontext ich dieses Video aufgenommen habe. Also wohlgemerkt ein Video, wo sie den Satz sagt, es darf keine friedliche Übergabe der Macht geben und diese Peaceful Transfer of Power, das ist das Zentrale, der zentrale Punkt der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Ja und der Verfassung und der Demokratie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das goldene Ei? Ja, dass sie dann in so einem Video zerschlägt und sagt, ja aber da muss man ja den Gesamtkontext sehen. Und an alles andere kann sie sich nicht erinnern. Es ist dann auch so, dass sie vor dem 6. Januar, also vor den Riots dann, vor den schrecklichen, mehrfach auch bei Donald Trump gewesen ist und es gibt Stimmen, die behaupten, sie hätte Donald Trump gesagt, wenn das mit der Wahl scheitert, müsste er Kriegsrecht ausrufen. Er müsste quasi dann mit Gewalt die Macht an sich reißen. Das wird immer wieder berichtet. Auch hier kann sie sich einfach unfassbar schlecht daran erinnern. Also sie gibt zu, dass sie bei Donald Trump war, das wird man wahrscheinlich schlecht leugnen können. Aber sie weiß auch nicht mehr genau, was man da besprochen hat. Also es ist natürlich ein Prozess, sie ist da unter Eid, sie muss unter Eid aussagen. Das Einzige, wie man ja nicht lügt unter Eid ist, dass man sagt, ich erinnere mich nicht. Das ist juristisch wohl eine Option, was natürlich dazu führt, dass die Glaubwürdigkeit der Personen massiv sinkt. Aber hier sehen wir, wie jemand natürlich auch überhaupt keine Verantwortung am Ende übernehmen möchte für sein Handeln. Und eventuell zeigt das auch, ich habe da so drüber nachgedacht, als ich das Video mir angeschaut habe, wie verblendet da inzwischen auch Politiker sind in diesen Verschwörungserzählungen. Denn es besteht ja überhaupt gar kein Zweifel daran, dass in dem wie auch immer sehr kompliziert gearteten Wahlsystem der Vereinigten Staaten von Amerika Donald Trump nicht der gewählte neue Präsident gewesen ist. Das ist ja völlig unstrittig inzwischen, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, selbst republikanische Nachforschungen haben am Ende ergeben, dass das alles doch nicht gestohlen war. Aber die Verschwörungserzählung existiert und es gibt offensichtlich nach wie vor Menschen, die da wirklich dran glauben. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, was du da gerade nochmal hineingeworfen hast in die Diskussion mit der Verblendung der Politiker. Man muss interessanterweise Marjorie Taylor Greene und auch einigen anderen republikanischen Politikern eines zugutehalten, als die Ereignisse am 6. Januar 2021 im Gang waren. Also während unter anderem hier dieser berühmte Jake Angeli, dieser QAnon Schamane das Kapitol gestürmt haben und sich richtig ausgetobt haben und die Menschen, die dort eigentlich die Wahl zertifizieren wollten unter der Leitung von Mike Pence Todesangst hatten, da haben die kalte Füße gekriegt. Also auch Marjorie Taylor Greene zum Beispiel, die vorher ja rumgetönt hat hier Martial Law und es darf keine Peaceful Transfer of Power geben und Wahl ist gestohlen, die haben an dem Tag, als das gerade passierte, Donald Trump angefläht, vor die Presse zu treten und diese Leute, die da rumrebellieren, zurück zu pfeifen. Auch Marjorie Taylor Greene hat Trump, beziehungsweise Mike Meadows, weil man Trump per SMS nicht erreichen kann, SMS geschrieben, hier bitte sag doch mal dem Trump, dass er jetzt endlich Stopp rufen soll, dass er sagen soll, hört auf damit. Sie und viele, viele andere waren regelrecht erschrocken über die Ereignisse und auch ein, zwei Tage danach noch vielleicht der Auffassung, dass Trump damit wirklich zu weit gegangen ist. Und dann ist das alles verpufft. Also die waren erst ganz furchtbar erschrocken und wütend und Trump soll zurücktreten und bla und blub und dann irgendwann ist das wieder in der Partei Raison untergegangen. Und Leute, die sich wirklich gegen Trump eingesetzt haben, Liz Cheney und Adam Kinzinger, die sind in der Partei sozusagen völlig unter den Teppich gekehrt worden. Die haben da keine Macht mehr, die werden gebasht ohne Ende. Und diejenigen, die sagen, ach war doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und ja, also die, die da reingegangen sind und was kaputt gemacht haben, die müssen natürlich verurteilt werden, aber so ein Aufstand war das nicht und Trump hat ja auch keine Schuld. Bevor jetzt der eine oder andere Zuhörende denkt, wieso reden die denn jetzt schon wieder über die amerikanische Politik, macht gleich alles hin, wir schlagen gleich nochmal den Bogen. Ich will noch ganz kurz sagen, das Besondere ist ja hier jetzt auch inzwischen, dass auch im Grunde genommen man ja in der republikanischen Partei, in den Vereinigten Staaten von Amerika, man ja überhaupt noch bestehen kann aktuell, wenn man dem, was Donald Trump sagt, folgt. Also jeder, der jetzt sich gegen den 6. Januar äußert, der sagt, das war nicht okay, der muss damit rechnen, dass eben die Unterstützung und was mit Unterstützung gemeint ist, ist de facto Geld entzogen wird. Und in Amerika ist es eben, wenn man sich politisch engagieren will, unbedingt nötig, dass man einen Wahlkampf finanzieren kann. Das ist anders als bei uns in Deutschland, also auch in Deutschland muss natürlich ein Wahlkampf finanziert werden, aber in Amerika ist es unmöglich, ohne Backing einen Wahlkampf zu betreiben und erfolgreich zu sein. Und Donald Trump ist hinter den Kulissen immer noch in einer Position, den Geldhahn einfach zuzudrehen und jemandem anderen einen Geldhahn aufzudrehen. Und da geht es dann nicht darum, ob diese Person politisch geeignet ist, also ein guter Politiker ist, ob der Ahnung vom Fach hat, sondern es geht hier um eine Art Nibelungentreue zu Donald Trump. Und wir haben jetzt gerade ein System erlebt, wo das dann am Ende auch gestürzt ist, das war das System von Herrn Kurz in Österreich, aber der ist jetzt ja natürlich weg, wie alle wissen, ist nicht mehr Bundeskanzler. Aber er hat es geschafft, in der Zeit, in der er in dem Amt war, sehr, sehr viele Schlüsselpositionen in Österreich mit Kurztreuen zu besetzen, die jetzt in seinem Sinne weiter Politik machen. Und das ist, man soll immer vorsichtig sein, über die Innenpolitik von anderen Ländern sich zu äußern, aber sagen wir mal zumindest nicht unproblematisch für Österreich. Also nur weil Herr Kurz jetzt weg ist, ist das nicht alles plötzlich wieder ganz einfach und ganz demokratisch und unproblematisch, sondern ganz im Gegenteil, er hat die Zeit, die er hatte, genutzt, um Personen zu installieren, so muss man ja letztendlich sagen. Und da sehen wir schon, wo diese Art von Politik zu Problemen auch innerhalb Europas wird. Das heißt also, wir haben jetzt in der Republikanischen Partei Leute, die diese Ansichten vertreten und da völlig ungestört Politik machen können. Also jedenfalls so weit ungestört, wie es nach dem Willen der Republikanischen Partei geht. Und vielleicht noch, um ganz kurz noch auf der personellen Ebene zu bleiben, die ich vorhin erwähnt habe, da ist es fast schon eine Randnotiz, dass jetzt auch Ron Watkins, den wir ja vorhin erwähnt haben, für den Kongress kandidieren möchte. Und man weiß natürlich nicht, inwiefern das jetzt von Erfolg gekrönt sein wird, aber er versucht es zumindest in Arizona zu kandidieren. Ja, das war die personelle Ebene, das ist schlimm, aber eine Sache oder eine Ebene, auf der sich QAnon-Inhalte jetzt auch in die normale Politik schleichen, ist fast noch ein bisschen besorgniserregender. Das ist in der Tat wirklich gruselig und wir haben jetzt hier so das System oder die Idee, formal ging es immer um den Schutz von Kindern. Deswegen haben wir das am Anfang nochmal gesagt und jetzt ändert sich das ein Stück weit, also nicht der Inhalt, Kinder sollen weiter geschützt werden, aber das, wovor sie geschützt werden, ändert sich jetzt gerade. Vorher war es ja eben dieses Entführen, Quälen, Kinderhandelsringe, Kindesmissbrauch und jetzt geht es um etwas, was Grooming genannt wird. Und was damit gemeint ist, ist die Tatsache, dass jetzt QAnon-Anhänger der Ansicht sind und damit auch Weitteile der Republikaner, die damit d'accord gehen. Unabhängig, ob sie jetzt an irgendwelche Verschwörungserzählungen glauben, aber es bildet sich aus diesen Erzählungen ein gesellschaftlicher Konsens heraus und das finde ich ganz gruselig, nämlich die Tatsache, dass man vom Kindergarten bis in die dritte Schulklasse ungefähr keine Inhalte mehr vermitteln darf, wenn es um sexuelle Orientierung oder auch Gender Identity geht, weil das Kinder dazu bringen würde, das nachzuahmen, sich diesen Themen schlecht beeinflusst zu werden, wie man das auch mal nennen will, was ja völliger Unsinn ist, was ja auch jeglichen wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Und das Ganze wird jetzt Grooming genannt, also dieses Unwort, was es ja inzwischen gibt, Kinder sollen Vogue gemacht werden, gegroomt werden, in einem gesellschaftlichen Kontext gebracht werden, wo Dinge, die von den Q-Anhängern und Hardcore-Republikanern als ja unnormal empfunden werden, das darf man nicht in der Schule vermitteln. Ja, also Vogue ist inzwischen ein Schimpfwort, das die rechtsaußen gelagerten Politikerinnen, Politiker für die Liberals verwenden, für die liberale Politik, die progressive Politik in den USA. Und der Kontext, in dem Alexander das gerade beschrieben hat, dieses ganze Elend mit dem sogenannten Don't Say Gay Bill von Ron DeSantis in Florida. Genau, darauf ist es jetzt hinausgelaufen. Genau, das ist sozusagen das, was die neue republikanische Politik eigentlich erreichen will. Also Ron DeSantis ist da relativ weit vorgeprescht, jetzt gerade in Florida und hat eben dieses Gesetz, das eben Kritikerinnen zu Recht Don't Say Gay Bill, also Gesetz nennen, durchgebracht. Ja, das Gesetz, was heißt, sagt nicht schwul oder sagt nicht homosexuell vielmehr noch. Ja, zuletzt es übersetzen, also KritikerInnen betiteln es so und de facto ist das natürlich auch so und dieses Gesetz ist wirklich ein Elend, aber das ist eben die neue republikanische Politik, die auch unter Umständen auf Bundesebene Karriere machen könnte. Genauso wie Ron DeSantis unter Umständen auf Bundesebene Karriere machen könnte. Man munkelt so ein bisschen, dass er ja als Präsidentschaftskandidat auch gilt, wenn Trump es nicht wird, der für die republikanische Partei kandidiert. Wie auch immer, er hat das jetzt in Florida durchgebracht, hat sich übrigens deswegen auch mit Disney gezofft, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Randnotiz, der Disney-Konzern hat in Florida ein District, ich meine Reedy Creek District heißt das, wo die quasi wie so ein kleiner Staat im Staat sind. Da dürfen die halt alles machen, die haben eine eigene Gesundheitsversorgung, eigene Steuern und so weiter, haben da also auch Steuervorteile in Florida und die haben sich sehr, sehr vehement gegen diesen Don't Say Gay Bill ausgesprochen. Also haben wirklich gesagt, das geht nicht und wir stehen halt für eine inklusive Politik und wir wollen das alles nicht, was der DeSantis da macht. Und der hat dann daraufhin gesagt, ja dann entziehen wir euch halt diese Privilegien. Und man munkelt jetzt so ein bisschen, dass er damit eventuell zu weit gegangen ist, weil Disney natürlich auch für Florida unfassbar wichtig ist. Einer der größten Medienkonzerne der Welt, wenn nicht so zwischen der größten Medienkonzern. Genau, also da muss man jetzt mal beobachten, wie das so weitergeht, ob er sich da wirklich jetzt sein eigenes Grab politisch geschaufelt hat, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Wir sollten vielleicht noch ein, zwei Worte sagen zu diesem Begriff des Grooming, der kommt ursprünglich mal gar nicht unbedingt aus dem QAnon-Umfeld und aus diesem Kontext, den du gerade richtig beschrieben hast, sondern das ist im Prinzip der Vorgang, wo gerade online Kinder fertig, also wie soll ich es jetzt beschreiben, bereit gemacht werden sollen, um auf Sexual Predators hereinzufallen. Also quasi an die Angel von Kindesmissbrauchern zu geraten. Genau, so. Und diesen Begriff jetzt auf eine Politik zu übertragen, die eigentlich nur möchte, dass alle Menschen so leben können, wie sie es möchten und auch darüber aufgeklärt werden, dass es Möglichkeiten gibt so zu leben, wie man gerne leben möchte, das ist wirklich mehr als perfide. Und das ist eine Entwicklung, die mir wirklich große Sorgen macht, weil sie so gegen alles geht, was inzwischen in den USA an Freiheit und Inklusivität erreicht wurde auch von den liberalen und progressiven Menschen. Aber dass die USA da leider ja insgesamt auf einem sehr, sehr schlechten Weg sind, auch wenn jetzt gerade Joe Biden und die Demokraten an der Macht sind, das wissen wir ja wahrscheinlich alle. Man muss jetzt wirklich die Midterm-Wahlen am Ende des Jahres 2022, also dieses Jahres abwarten und leider steht zu befürchten, dass da die Republikaner wieder mächtig aufholen und dann geht es natürlich um Mehrheiten im Senat und so weiter und so fort. Und die Frage, ob die Demokraten wirklich noch Politik machen können. Und jetzt können wir mal so langsam den Schwenk machen, nämlich zum einen zu sagen, auch das ist doch alles Amerika, dann ist das halt alles doof in Amerika, was hat das mit uns zu tun? Wir erleben diese Debatten aber durchaus auch schon in deutschen Internetforen auch schon, also das muss man ganz klar sagen, im deutschsprachigen Raum wird dieses Thema natürlich schon auch diskutiert. Und es gibt ja genügend Menschen, die sich jetzt darüber äußern, dass man also gendergerechte Sprache, das bräuchte doch auch kein Mensch und auch Inhalte, die in Schulen vermittelt werden. Auch da beginnt man jetzt ja daran rumzudeuteln, also einfach Aufklärung über das zu geben, wie die Welt beschaffen ist und wie Menschen einfach beschaffen sind. Aber Deutschland ist ja hier immer noch ein relativ liberales Land. Wir müssen auch hier wieder nur den Blick Richtung Ungarn, Richtung Polen wenden, Länder, in denen das komplett anders ist. In Ungarn behält sich der Staat inzwischen vor Filme, Medien, Bücher nicht mehr in den Umlauf zu bringen, wenn man den Eindruck hat, hier würde irgendwie doch zu sehr die Gender Identity oder auch die sexuelle Orientierung zu liberal dargestellt, so wie man das eigentlich nicht haben möchte in dem Land. Das heißt, wir kommen hier schon an Grenzen heran, wo man sich dann irgendwann nicht mehr wundern muss, dass, wenn wir das nochmal nehmen, so weit sind wir noch nicht ganz in Europa, aber der neue Doctor Strange Film wird jetzt in einigen Ländern verboten, weil da ein offen homosexueller Charakter gezeigt wird und dann wird dieser Film nicht in den Kinos gezeigt, weil man das nicht zeigen möchte und das wird dann auf staatlicher Ebene geregelt. Das heißt, diese sehr rückständige Bewegung verbreitet sich und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, QAnon-Verschwörungsgläubige sind ein Bestandteil des Mechanismus, der diese Dinge weiter verbreitet. Und jetzt haben wir mal geschaut, dass CEMAS, sag ich immer, Alexa sagt KEMAS, wie auch immer. Eigentlich CEMAS, weil es Center eigentlich ist. Ja, genau. Das Center, oh Gott, ich habe die Abkürzung nicht parat, um Himmels Willen. Warte, Moment. Da arbeitet Pia Lamberti, um Gottes Willen, die darf niemals diese Folge hören, dass ich jetzt gerade die Abkürzung nicht am Griff habe. Also, das ist das Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Danke. Und das Thema beschäftigt sich ja tatsächlich dankenswerterweise intensiv mit dem Thema Verschwörungserzählung und forscht auch dazu. Und da gibt es eine relativ neue Studie. Wir werden euch die Seite vom CEMAS auch verlinken. Da kann man sich das auch anschauen. Die PDFs werden regelmäßig veröffentlicht, der Studien. Die kosten auch nichts. Aber vielleicht so ein paar Punkte, denn wir haben erstaunlich viele Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich, die QAnon gläubig sind. Ja, also, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung rechnet, zum Glück nicht so viele. Na ja. Da waren es in Deutschland auf jeden Fall weniger als 5 Prozent. Ich finde, das sind immer noch zu viele. Deswegen war die Zahl natürlich bekannt, aber ich finde, das ist eine ganze Menge einfach. Ja. Die diesen Unsinn wirklich auch glauben. Okay, also die, ja gut, kann man so und so sehen. Also ich habe da so ein bisschen, das Glas ist halb voll. Ja, natürlich. Aber was natürlich gruselig ist, sind andere Zahlen. Nämlich, wenn man sich anschaut, wie groß der Anteil unter ungeimpften Menschen ist. Denn wir haben ja einen großen Zusammenhang zwischen dem Querdenken, der Querdenkenbewegung in Deutschland und ImpfkritikerInnen und Leuten, die auch gleichzeitig so ein bisschen in die Reichsbürgerrichtung driften und eben dann auch QAnon-Inhalte verbreiten. Und hier nochmal an der Stelle gesagt, nein, wir schmeißen nicht alle in einen Topf. Das ist ja der häufige Vorwurf, der in der gemacht wird. Nur weil ich mich nicht impfen lassen möchte, bin ich doch niemand, der an allen möglichen Verschwörungskram glaubt. Und hier gibt es eine interessante Zahl, nämlich, dass gut 46 Prozent der ungeimpften zentralen Verschwörungserzählungen von QAnon, der QAnon-Szene zumindest teilweise zustimmen. Und wenn wir das im Verhältnis rücken zu den Menschen, die sich mindestens einmal impfen lassen gegen Covid-19 oder gegen den SARS-CoV-2-Virus, dann sind das da nur 8,7 Prozent. Also hier sehen wir schon einen deutlichen Unterschied. Genau. Und wenn man sich in die politischen Lager begibt, dann kann man auch da einen Zusammenhang zwischen AfD-Anhängerschaft und QAnon-Verschwörungsglauben sehen. Und da ist es so, dass in Deutschland knapp 44 Prozent der Menschen, die eben in diesem AfD-Lager zu verorten sind politisch, solche Verschwörungsmythen eher verbreiten, beziehungsweise an sie glauben als eben andere Wählergruppen. Und das finde ich schon wirklich bedenklich, denn man hat ja auch eine sehr, sehr ungute Entwicklung, dass eben genau dieser Verschwörungsglaube in der Pandemie so explodiert ist. Und dass wir wirklich ein großes Problem damit haben, auch wenn diese Menschen, die da immer rufen, wir sind das Volk, eben nicht das ganze Volk sind zum Glück und wirklich nur eine Minderheit, muss man da natürlich ganz genau hinschauen. Und solche Entwicklungen, auch solche politischen Entwicklungen hier im Auge behalten. Aber wir werden euch das nochmal verlinken, dann könnt ihr euch die Zahlen nochmal selber ganz genau anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Da wird auch Österreich mit dargestellt und abgebildet. Da könnt ihr euch sehr genau informieren. Wir müssen nochmal in Europa bleiben und auch zusätzlich über Putin sprechen. Da kommen wir nicht drum rum, weil wir auch da, was QAnon angeht, neue Entwicklungen haben. Und eben seit Putin unrechtmäßig die Ukraine überfallen hat, da auch ganz ungute Entwicklungen haben. Es ist tatsächlich so, dass der Verschwörungsglaube, dass die QAnon-Anhängerschaft sehr eng auch damit verknüpft ist, Putin als einen Helden im Kampf gegen auch einen Deep State zu sehen, ähnlich wie Trump. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Heldentum, dass Trump zugesprochen wird in dieser Verschwörungsszene, eins zu eins von vielen auch auf Putin übertragen wird. Und dass eben vor diesem Hintergrund auch sehr oft der Überfall auf die Ukraine gerechtfertigt wird. Man kann interessanterweise, wir werden euch da einen Artikel von Bellingcat verlinken, da aber auch andere Tendenzen ablesen. Es hat, als diese Invasion gerade stattgefunden hat, gerade sozusagen begann, schon einige russische QAnon-Accounts gegeben, die zum Frieden aufgerufen haben, die sich wirklich kritisch geäußert haben. Das ist ganz interessant, also dass man da in Russland selber Putin und den Überfall eben sehr kritisch gesehen hat. Diese Accounts sind dann nach einigen Wochen verstummt. Man muss natürlich auch sagen, dass die Kosten, solche Kritik zu äußern und sich so gegen Putin auszusprechen, sehr, sehr hoch sind in Russland. Und man da wirklich einiges riskiert. Nicht nur seinen Job, seine Familie, sondern unter Umständen auch sein Leben und seine Gesundheit. Und insofern ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, wenn solche Accounts dann eher verschwinden oder stiller werden. Andere QAnon-Accounts, gerade auch in den USA, aber eben auch in Deutschland, sprechen sich sehr positiv für Putin und für den Einfall in der Ukraine aus. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das insofern nicht ganz aus dem Nichts kommt, weil die Ukraine vorher auch schon Teil der QAnon-Verschwörung war. Man hat dort quasi einen Puppenstaat oder einen Marionettenstaat vielmehr der USA gesehen in dieser Szene. Man hat gesagt, ja, da betreiben die USA ja Biolabore, in denen sie Biowaffen herstellen und Pandemien hervorrufen wollen und eben auch Russland und die ganze Welt unterjochen wollen. Und an allem, was die Demokraten und der Deep State in den USA so Schreckliches macht mit den ganzen Eliten und so weiter. Da ist die Ukraine mit beteiligt und natürlich muss der gute Putin als Friedensfürst da erstmal so richtig aufräumen. Also das alles natürlich in Anführungsstrichen, das sind die Verschwörungsmythen, die in dieser Szene verbreitet werden. Und das ist leider bis dato immer noch so, dass sehr, sehr viele Menschen, die eben hierzulande in der Querdenkenbewegung sind, die QAnon-Inhalte glauben, auch dazu tendieren, Putin völlig falsch einzuschätzen. Nicht als der Kriegsverbrecher, der er ist, sondern als Friedensfürst, der er aufräumt. Und was wir hier erleben ist, das sind ja auch häufig Menschen, die dann den alternativen Medien sich eher zuwenden, die also sagen, ich vertraue keinen deutschen Zeitschriften, keinen deutschen Fernsehsendern mehr. Das waren ja auch diejenigen, die im Wesentlichen gerne dann RT-Deutsch geschaut haben. Sputnik, RT-Deutsch und natürlich dann alternative Medien, sprich YouTube-Kanäle. Und wir erleben jetzt ja gerade eine ganz interessante Geschichte, denn jetzt, wo nach dem Angriffskrieg, du sagst mal Überfall, ich finde einen Angriffskrieg einfach noch, oder Invasion, eigentlich trifft es einfach noch viel mehr, auf einen souveränen europäischen demokratischen Staat. Eigentlich eine unvorstellbare Tatsache, indem man sich jetzt geeinigt hat, RT-Deutsch zu verbieten, abzuschalten. Finde ich es insofern auch einfach interessant, mal eine Personale zu nennen, nämlich Jasmin Kursobek, die Moderatorin von RT-Deutsch über viele Jahre, die dann auch die Social-Media-Abteilung von RT.de geleitet hat. Die hat Ende 2021 dann aufgehört, dort zu arbeiten. Seiten stand auch immer in der Kritik und ich finde es ganz interessant, wo die Frau, jetzt könnte man sagen, naja gut, vielleicht hat man sich dann mal vertan oder sie hat dann irgendwie gemerkt, da läuft es nicht mehr so richtig oder vielleicht ist Russland doch nicht so toll. Frau Kursobek arbeitet jetzt bei Odyssey und wer das nicht kennt, schnell wieder vergessen, muss man nicht hingehen, aber Odyssey ist eine angebliche Alternative zu YouTube, ein Portal, in dem eben freie Inhalte gepostet werden können. Das heißt, all diejenigen, die ihre Kanäle in den letzten Monaten bei YouTube geschlossen bekommen haben, wegen Fehlinformationen, Falschinformationen oder auch unter Umständen politischer Propaganda und anderen Dingen, die eben nicht mehr mit den Regularien von YouTube einstimmen, die hat jetzt Odyssey unter sich genommen und da ist Frau Kursobek jetzt sehr, sehr aktiv. Das heißt also von einem alternativen Medium ins andere rüber gewechselt. Das heißt, auch das ist natürlich weiterhin eine reale Gefahr, denn wenn Menschen sich dort informieren, bekommen sie weiter mit hoher Wahrscheinlichkeit und wenn man sich mal anschaut, wer so bei Odyssey sendet und was da für Sendungen laufen, genau wieder diese Verschwörungserzählungen auch erzählt. Und entsprechend sind auch die Social Media Kanäle. Also da greift alles ineinander und wir haben hier das Problem, was wir auch nach der Corona-Pandemie und nach einem hoffentlich baldigen friedlichen Ausgang und abzugrusslern uns aus der Ukraine, das wäre für mich das erklärte Ziel, wenn das stattfinden kann, dass wir das weiter aufarbeiten müssen. Weil nur weil dann diese Weltereignisse vorbei sind, haben wir immer noch Menschen, die sich lieber alternativ informieren wollen und weiter auf diese Verschwörungsnarrative reinfallen, die dann im Kern dazu führen und das finde ich besonders schlimm, dass wir einen Rückwärtsgang in die liberale Gesellschaft einlegen, den ich zumindest in einem freien Land nicht haben möchte, sondern hier in dem Land, in dem ich lebe und damit eigentlich ja fast in Europa. Das wäre mir am allerliebsten, dass wir da gar keinen Unterschied haben. Soll doch bitte jeder so leben, wie er leben möchte im Rahmen des Grundgesetzes und er keinem anderen Schaden zufügt. Bitte, also jeder so wie er möchte und da müssen wir keinerlei staatliche Handschellen an der Stelle anlegen. Ja, es gibt noch eine weitere Person, über die wir kurz sprechen müssen, die sich in eine andere Richtung bewegt, scheinbar bewegt, hoffentlich bewegt. Ja, Xavier Naidoo ist das Stichwort. Wir wollen auch ein paar Worte noch über Xavier Naidoo hier verlieren in der Sendung. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, Alexa hat ja seinerzeit beim Goldenen Brett in Wien, 2014 war das schon, die Laudatio auf Xavier Naidoo gehalten. Da waren es, ich sag mal, noch nur Reichsbürgerthemen, der ein oder andere antijüdische Musiktext, den er da so im Programm hatte. Und dafür hat er damals dann schon das goldene Brett vom Kopf bekommen. Dann kam die Corona-Pandemie, er ist immer weiter abgedriftet, war dann am Ende ja im Grunde genommen Hand in Hand mit Attila Hildmann, ein Verbreiter von Verschwörungserzählungen. Übrigens, deswegen auch passt er hier gut in die Sendung rein, dieser QAnon-Erzählung von Adrenochrom von den entführten Kindern. Der ein oder andere wird sich an das Video ändern, in dem er, glaube ich, in einem Hotelzimmer weinend vor der Kamera sitzt. Man sagt ja, er hätte sich Dinge angeschaut, das könnte man ja gar nicht glauben. Also jemand, wo man ganz klar sagt, ganz, ganz tief im Verschwörungserzählungssumpf abgetaucht, der ist vor wenigen Tagen wieder aufgetaucht mit einem Drei-Minuten-Video, drei Minuten 14 oder 41, ich weiß es nicht, in dem er sich entschuldigt und sagt, er hat sich instrumentalisieren lassen, er hat viele Dinge erzählt, die so nicht stimmen würden. Und wer es nicht weiß, Xavier Naidoo ist mit einer Frau, die Frau von Xavier Naidoo hat Wurzeln in der Ukraine und er hat jetzt also durch den Krieg zum Teil, glaube ich, sagt er das auch, wenn ihr das in Erinnerung habt, dass er da so jetzt wirklich Erfahrungen in der Ukraine gemacht hat, ob aus erster Hand oder aus Erzählungen, weil er sich da um die Familie seiner Frau kümmert, sei mal dahingestellt. Und das hätte ihm die Augen geöffnet. Nach dem, was wir hier gerade für einen Bogen gespannt haben in der Sendung, klingt das zunächst mal plausibel? Naja, also da war eine Formulierung drin, die ich schon so ein bisschen gruselig finde, er sagt irgendwie auf dem Weg oder auf der Suche nach der Wahrheit schlägt man auch manchmal den falschen Weg ein oder so. Und dann Antisemitismus mit Suche nach der Wahrheit gleichzusetzen oder Antisemitismus als Suche nach der Wahrheit zu beschreiben, das finde ich schon irgendwie ein bisschen holler, die Waldfee. Ja, worauf ich nur hinaus wollte, war das im Grunde genommen zunächst mal, wenn man sozusagen das Tuch weggezogen bekommt von Putin ist gut, Putin, Trump, das sind die, die die Welt retten, hin zu, nein, das ist ein autokratischer Diktator, der befiehlt, dass Frauen vergewaltigt und Zivilisten umgebracht werden. Dann kann das ein Weltbild gerade rücken erstmal. Das ist möglich und wie soll so jemand dann zurück in die Gesellschaft kehren, wenn er nicht irgendwann sagt, Kinder, ich habe mich vertan. Das hat er getan in einem Drei-Minuten-Video, das hat er abgelesen, das hat man auch gesehen, da muss man gar nicht spekulieren, das war eine vorbereitete Pressemitteilung und ich habe zumindest mal damals auf Twitter geschrieben, wenn er das denn wirklich ernst meint, wäre das ein tolles Signal für Menschen, die auch gerne wieder zurück in die Gesellschaft kommen würden, die in der Rahmen der Corona-Pandemie sich verrannt haben, die alle Freunde, alle Familie verloren haben, weil alle gesagt haben, mit dir kann ich nicht mehr koexistieren, geh bitte woanders hin. Dann irgendwann zu sagen, ich glaube, ich habe mich geirrt, ist unglaublich schwierig, weil die Fallhöhe sehr, sehr groß ist und das heißt, wenn so jemand, der so prominent ist, das macht und ernst meint, dann ist das zumindest mal ein Signal, eine Chance für andere Menschen zu sagen, man kann umkehren, wenn der umkehren kann, dann kann ich auch umkehren. Und auch in diesem Sinne können Prominente eine Zugwirkung haben, was natürlich jetzt dann vielfach mit mir auf Twitter diskutiert worden ist und wie ich belehrt worden bin, reicht natürlich so ein Drei-Minuten-Video natürlich nicht, um alles wieder gut zu machen und demnächst wieder vor vollbesetzten Hallen zu spielen. Das habe ich aber auch nie gesagt, sondern ich habe gesagt, er muss jetzt natürlich hier beweisen, dass das, was er da gesagt hat, er auch ernst meint und dazu würde für mich gehören, dass wenn der wieder auf eine Bühne geht, er diese Dinge sehr konkret seinem Publikum sagt, weil da hat er ein großes Auditorium und dass er zum Beispiel ein Großteil seiner Lieder dann auch nicht mehr singt. Genau und eventuell auch mal kurz anspricht, hier mache ich jetzt nicht mehr, weil, das wäre natürlich eine großartige Gelegenheit, erstens zu zeigen, dass er es ernst meint und zweitens, dass er wirklich Menschen auch dazu bewegen möchte, sich zu öffnen, den Fakten zu öffnen und umzudenken. Man weiß es nicht. Also vielleicht noch zwei Dinge dazu. Wir können natürlich nicht letzten Endes beurteilen, ob er schwindelt oder ob er das nur macht, weil er jetzt endlich wieder seine Tournee spielen möchte, ob er sich eben dann nicht mehr mit den Veranstaltern verscherzen möchte oder in den Medien besser dargestellt werden möchte oder ob er das wirklich ernst meint. Ich finde nur grundsätzlich, jemand, der sich vor eine Kamera setzt und das sagt, der hat zumindest jetzt erstmal eine Chance verdient und auf solchen Leuten dann so rumzuhacken, finde ich halt ein gefährliches Signal für andere, die unter Umständen auch zweifeln und überlegen, ob sie damit an die Öffentlichkeit gehen, dass sie sich eventuell geirrt haben. Also ich finde, wir sollten das eher unterstützen, als dass wir jetzt anfangen, da rumzuhacken. Nur, wie du eben richtig beschrieben hast, er muss jetzt auch Taten folgen lassen. Es darf eben nicht nur bei diesem Video bleiben. Und da gab es jetzt ja schon die Einschränkung des Managements, was ja gesagt hat, naja, also bis zum Ende der, ich weiß gar nicht, ob es der Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krise war, würde er sich jetzt erstmal nicht äußern, weil er sich da um die Familie kümmern muss. Und danach würde er sich dann da nochmal wieder zu äußern. Da habe ich schon wieder gedacht, das ist mir zu halb weich. Also da würde ich mir jetzt schon wünschen, dass so jemand, der ja auch Texte schreibt, sich gleich mal hinsetzt, einen Text schreibt, da muss er auch gar nicht vor einer Kamera sitzen. All diese Optionen hätte er. Denn ansonsten ist es jetzt so eine, könnte es tatsächlich eine PR-Bubble gewesen sein, um das Schlimmste zu verhindern. Das müssen wir jetzt wirklich mal abwarten in den nächsten Wochen, Monaten, wie es da weitergeht. Und es gibt eine ganze Menge, die Xelvina natürlich da aufarbeiten muss. Also bis hin zu irgendwelchem Unsinn von der flachen Erde, den er dann irgendwann mal als realistisch angesehen hat. Da muss er schon auch jetzt dann Stellung beziehen und muss sagen, an all diesen Punkten habe ich mich geirrt. Und gerade so ein Vorwurf, der ja wirklich zu Hass und Gewalt gegen Menschen, nämlich Jüdinnen und Juden in Deutschland oder auch in anderen deutschsprachigen Ländern führen kann oder als mittelbarer Weg dazu führen kann. Das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Und damit meine ich gar nicht die ganzen Aussagen, nur aus der QAnon-Corona-Zeit. Er hat Lieder gemacht, wo er von Baron Totschild spricht. Das ist eine klare anti-jüdische Chiffre, wo er dann wieder auf diese alte Erzählung, dass die Rothschilds die Geschicke der Welt über die Finanzen lenken würden. Das muss er alles aufarbeiten. Da muss er auch erklären, warum er solche Lieder gemacht hat und warum er sie jetzt nicht mehr singen will. Das bleibt abzuwarten. Aber trotzdem stimme ich dir natürlich auch zu, Alexa, und sie ist genauso. Indubio pro reo. Jeder Mensch hat zumindest jetzt einmal die Chance. Und was er bisher in all seiner Zeit, also seit, glaube ich, 2012 kann man das nachvollziehen, schwurbelt er ja durch die Gegenserie Nardou. Er hat in all dieser Zeit niemals gesagt, ich habe mich geirrt. Und er hat niemals gesagt, ich habe da Fehler gemacht. Das hat er nie getan. Er hat nie eingelenkt. Der Weg war immer nur in die eine Richtung. Er hat es jetzt zumindest mal einmal gesagt. Und ich finde, da sollten wir ihm zuhören. Aber er kann, glaube ich, sehr, sehr sicher sein, dass insbesondere ich ihm sehr genau zuhören werde. Und sehr intensiv zuhören wäre. Und er kann natürlich das jetzt auch wirklich dann endgültig verkacken, weil dann ist es nur PR-Gelaber und das wäre natürlich denkbar schlecht. Ja, also zusammenfassend lässt sich sagen, das Problem, das wir hier gerade in wirklich ausufernder Länge besprochen haben, geht jetzt erstmal nicht weg. Das kriegt jetzt neue Konnotationen, neue Motive, verlagert sich auf andere Ebenen, aber es geht nicht weg. Das heißt, wir werden mit QAnon noch ein bisschen länger Spaß haben, um es mal so ironisch auszudrücken. Und man muss jetzt natürlich auch gerade im Augenblick besonders aufpassen bei den Quellen, die man nutzt und bei den Mitteilungen, die man teilt. Weil wir gerade einen Kriegsverbrecher haben, der eben ein demokratisches Land mit Krieg überzieht und mit Verbrechen überzieht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, der wir uns vehement entgegenstellen müssen. Das können wir auf ganz verschiedenen Ebenen tun. Wir können versuchen, wachsam zu sein bei russischer oder putinscher Propaganda, darüber aufklären. Unsere Regierung hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, der Ukraine zu helfen und sollte das auch tun. Und im Grunde genommen bleibt uns nur zu dem zu stehen, was wir für richtig halten und einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ja, informieren, aufklären und Menschen immer wieder erklären, wo überall Gefahren lauern. Wir haben vor wenigen Tagen einen Vortrag gehalten, wo es um antijüdische Chiffren ging, wo es dann auch wieder die Reaktion gab, dass Leute gesagt haben, das ist mir so noch nie bewusst gewesen. Da kommt das her, das ist also auch antijüdisch, das war mir gar nicht klar. Das nützt alles nichts, wir müssen aufklären, aufklären, aufklären. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir ja immer wieder Vorträge halten dürfen. Und dass wir inzwischen auch an der einen oder anderen Schule, gerade auch in Österreich, über die JEF, die jungen europäischen Föderalisten in Österreich, da Workshops mit Schülerinnen und Schülern machen können. Übrigens am 18. Mai, das könnt ihr schon mal eintragen, gibt es einen offenen Workshop. Da werden wir etwas ältere Schülerinnen und Schüler, StudentInnen haben. Aber da kann dann auch jeder Interessierte daran teilnehmen. Verfolgt uns einfach auf Twitter und auf Facebook. Da werden wir das sicherlich ankündigen, die Uhrzeit haben oder nicht. Aber das ist meist so gegen 18, 18.30 Uhr beginnen diese Workshops. Das ist das, was wir tun können und wo wir darauf zuarbeiten können. Und am 23. Juni haben wir noch einen Vortrag bei der VHS Hannover. Da geht es um antijüdische Verschwörungsmythen. Genau, und der ist auch kostenfrei und online. Da gibt es in Niedersachsen eine Kampagne mit Respekt, wo es auch um politische Aufklärung geht. Also das sind Dinge, die wir versuchen. Und es gibt ja glücklicherweise inzwischen sehr, sehr viele andere in dem Konflikt. Pierre Lamberti, das Themas habe ich schon genannt. Katharina Nuku und alle, die da mit drin hängen. Die Sachen, die Holm macht, Holm Gero Himmler natürlich mit seinem fantastischen Buch. Also das ist natürlich etwas, was wir dem entgegensetzen können. Ihr könnt das auch alle in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, sofern ihr da die Energie für habt, immer mal wieder versuchen. Indem ihr vielleicht auch nur auf solche Angebote hinweist. Und ja, wir müssen das weiter beobachten. Seit zwölf Jahren machen wir das. Und jetzt haben wir mal gerade wieder so einen Peak. Vielleicht erleben wir auch ja mal wieder so ein bisschen ein Abschwellen von Verschwörungserzählungen. Das bleibt mal abzuwarten, wenn die Welt hoffentlich bald wieder etwas ruhiger ist. Und damit schließen wir, glaube ich, das Thema für heute einfach mal ab. Und zum Schluss noch wirklich mit großer Erleichterung gucken wir noch mal auf die Enten und ihr Geschnattern. Das würde mich jetzt aber schon interessieren, warum das kein Echo haben sollte. Die Auflösung Tja, hat das Quaken von Enten ein Echo oder nicht? Um es kurz zu machen, das stimmt nicht. Das ist ein Mythos, den man aber immer wieder liest im Netz. Das sei die Besonderheit vom Enten quaken oder schnattern oder wie auch immer, dass es kein Echo erzeugen würde. Und man nicht genau sagen kann, warum. Dass man das denkt, das hat einen relativ einfachen Grund oder mehrere einfache Gründe. Zum einen ist es meistens nicht laut genug, schlicht und ergreifend. Das heißt also, wir haben da ein Geräusch, was die Besonderheit hat, erstens mal per se nicht so besonders laut zu sein und zweitens so ganz sanft auszulaufen. Also das ist quasi so ein durchgehender Laut fast, der sich dann mit dem nächsten Quaken vermischt. Und da würde man ein Echo gar nicht hören. Das heißt also, da liegt schon mal der eine Grund. Der andere ist, dass man Enten ganz selten in großen Gruppen in einer Schlucht oder so antrifft. Oder vielleicht hat das schon mal jemand gefilmt oder aufgenommen oder wie auch immer. Der möge sich melden. Und wenn man ganz, ganz viele Enten hätte, die kurz schnattern und das in einer Schlucht tun, dann würde man schon hören, dass da ein Echo ist. Aber das kommt eher selten vor. Also es ist zu leise und es läuft als Sound, als Klang so sanft aus, dass es sich schon mit dem nächsten und mit dem Echo vermischt. Das heißt also, das Enten schnattern tut sich mit dem Echo zusammen und deswegen würden wir das Echo gar nicht wahrnehmen. Völlig verrückt, wenn euch das jetzt jemand auf der nächsten Party mal wieder erzählt. Ja, und das liest man echt oft im Netz, dass Enten schnattern kein Echo erzeugt. Dann habt ihr die Antwort zu dem Thema. Ja, damit endet die 295. Folge von Huxilla und wir nähern uns der 300. Und immer bei den Hundertern haben wir das ja in der Vergangenheit so gemacht, dass ihr uns gerne Soundfiles schicken könnt, wenn ihr das mögt. Und dann ist dann immer die runde Folge vielleicht ein bisschen lustiger. Also falls ihr da Interesse habt, irgendwelche Soundfiles. Ihr könnt auch Enten schnatter Echo schicken. So ganz unvermittelt. Vielleicht so, dass den HörerInnen nicht die Ohren wegfliegen, wenn sie dann diese Folge hören. Aber auch von mir aus gerne Enten schnattern. Ein Enten Chor, der alles Gute zum 300. wünscht. Also falls ihr da Spaß habt, würden wir uns darüber sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da was einsendet. Ansonsten bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Bleibt gesund, falls ihr Covid-19 gerade habt, schleunige Besserung. Falls ihr mit den Spätfolgen zu kämpfen habt, auch hier schleunige Besserung. Und ganz doll die Daumen gedrückt, dass es euch bald besser geht. Und natürlich, wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.